Eine stattliche Blaufichte aus der Stadt wurde in Schwarzenberg zum diesjährigen Weihnachtsbaum für den Markt erkoren. Gewachsen war der Nadelbaum auf einem Grundstück an der Barbara-Uttmann-Straße im Stadtteil Hofgarten. Dort wurde er am Montagmorgen abgesägt, mit einem Kran auf einen Tieflader gehoben und sorgsam an den Ort seiner Bestimmung gebracht und dort aufgestellt. Die Beleuchtung am etwa 15 Meter hohen Schwarzenberger Weihnachtsbaum soll am 26. November anlässlich des Pyramidenanschiebens zum ersten Mal erstrahlen. Der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt wird dann vom 2. bis 11. Dezember zum Verweilen rund um den Weihnachtsbaum einladen.